also ich muss sagen die steuerung die ist echt mega mega schlecht importiert zentral higher service entschuldigen sie wie kann ich ihnen behilflich ich möchte mein auto ich erinnere mich nicht ich muss mir an den schacht denken schon wirkt er erschöpft aber wenigstens ist er am lieben ich tue alles um ihn daraus zu holen na dann gehen wir zum fahrstuhl ok sie liegen dann da drüben einen schönen tag noch meister na erstmal schlüssel holen ok also ich will hoffen dass es nichts ernstes ist dino du musst natürlich nicht drüber sprechen oder so ne das ist klar wenn das irgendwas ist was du nicht möchtest oder unangenehm ist oder so ich hoffe dass es nichts ernstes ist wie gesagt das war laut ah grippe grippe ist immer doof da hinten ist er doch schon es ist das ist es du bist der es ist es ist es ist es Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr Ziel liegt vier Meilen entfernt. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen. Sehr gut. Finde ich gut, wenn der eine Top-Ableckung für dich ist. Dafür soll der Stream ja auch da sein. Und es ist ja auch eine spannende Story, die sehr laut ist. Oh wow, das war laut. So, jetzt kommt die erste Prüfung. Wenn Sie in fünf Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt. Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Vielen lieben Dank, Tobi. Fünf Meilen entgegengesetzt... Entgegengesetzt der Fahrbahn. Danke, Tobi, für diesen schönen Sub an Dino. Da ist der Fahrer. Ab geht's. Boah! steuerung Nein! Nein! Ich bin in Kontrolle! Nein! Nein! Oh, nicht! Oh Gott! In zwei Reinen haben sie ihr Ziel erreicht. Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Das ist nichts, habe ich ja gar nicht gesehen! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Nein! Nein! Oh, Gott! Oh, Gott! Ziel erreicht! Bitte drücken Sie das Display! Ziel erreicht! Bitte drücken Sie das Display! Ziel erreicht! Bitte drücken Sie das Display! Bitte drücken Sie das Display! Ziel, Ihre Belohnung ist im Handschuhfach! Der Schlüssel ist im GPS! Alles auf dem Kopf, Alter! Der Schlüssel ist im GPS! Ist das assi! Ihre Belohnung ist im Handschuhfach! Der Schlüssel ist im GPS! Oh, Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ja, ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Und jetzt raus aus der Karre! Komm schon, raus da! Oh, nein! Bitte! Mach einfach das, was du sollst! Bitte! Mach einfach das, was du sollst! Bitte! Oh, Gott sei Dank! Raus aus dem Auto, Alter! Die Musik, die ist gerade ganz furchtbar! Raus aus der Karre! Raus! 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 Oh, mein Gott! Das hab ich damals übrigens nicht geschafft! Geh! Schuss! Matsch! Junge! Lassu! Ja, scht, 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 scht. Pfiou. Fou, fou, fou. Oh, eh, mein Herren. Pfiou. 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 Pfiou.